Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 In Nimue's Zufluchtsort Das gefällt mir gar nicht Halt doch mal dein Maul Hätte ich nicht so versagen können Eigentlich müsste ich die Schroflinde leveln Hoch Das war nicht so gedacht So aber nicht Genug ist genug Das ist jetzt ein anständiger Kanal Ach nein Doch doch Ich hab die perfekten Waffen dafür Na mein Schatz Wie kann ich jetzt Faszinierend Es scheint, dass diese verdrehte Welt noch stets voller Überraschungen ist Ich begrüße dich also Und heiße dich im Reich der Fee willkommen Oder was davon übrig geblieben ist Ich bin Nimue Handwerkerin Seherin Göttin der Fee Und Beraterin des einzig wahren Königs Jedenfalls War ich das Dennoch ist es meine Gabe Zu sehen, was nicht zu sehen ist Und zu schmieden, was nicht geschmiedet werden kann Was also Bringt dich vor mich Seltsames Wesen Ich schau mich nur um Das ist meine Angelegenheit Ich schau mich nur um Du bist in der Tat sonderbar Womit kann ich dienen? Zeig mir, was du für die Herstellung hast Wir mussten die Moes Kunstfertigkeit studieren Verhindert verflucht Verringert schwanken des Fadenkreuzes Streuung und Rückstoß um 35% für eine Stunde Hast gut auf dich auf Die verflochtenen Königreiche Sind eine Gefahr Für uns alle Ich kann was anderes auswählen Ich bin bereit Schicke mich zum Jagdrevier der Nachtweberin Ja, das konnte ich auch noch Als ich mit ihr Achso Aber ich konnte jetzt eben nicht mehr mit ihr sprechen Zu sein Entschuldigung Lebe wohl Seltsames Wesen Vielleicht nur wissen, ob ich mir auch was craften darf Aber anscheinend nicht So, wo sind wir jetzt? Nemo warnte mich, dass ich gejagt werden würde Meine einzige Hoffnung besteht darin Das Herz eines der Opfer der Nachtweberin zu erhalten Nur dann kann ich ihr Reich betreten und sie besiegen Oh, ich bin ja überall in Leitern Fast nicht Ring des Widerstands Ich habe ein Trophäe bekommen Altmetallgammler Altmetallgammler Ich habe nur, was ich dafür gemacht habe Das ist immer gut Und die gibt es ja gar nicht so gut gerade Wie, ja? Keine Ahnung, habe ich darauf geachtet Aber vielleicht geht es mir hinterher gleich besser Du verstehst, bleibst nicht, wenn du was sagst Was? Du verstehst, bleibst nach dem Satz Und dich einfach nicht mehr bewegt hast Ja Warte, ich heile mich Und dann gehe ich an den Checkpoint Na gut Ein Herz aufgefüllt, sehr gut Hast du Aufzug oder erst weitergehen? Erst weitergehen Hast du mir den Rücken breit? Mist Was? Mist? Ich habe auch Mist verstanden Nein, der ist ja schon tot Aua Verzinktes Eis Geil Ich trinke gerade Was soll das? Ich will auch trinken Jawohl die frecher ist Gar nichts Nice Ein Haufen nichts Ein Haufen nichts Der Buff muss sich lohnen Nein Noch ein Aufzug Spannend 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 wäre es gewesen, wenn es der gewesen wäre, wo wir Hey, helfe an Level 10 Nice Loot Haben wir schon Okay 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 Das kleine Arschlochkind. Warum ist es gelegentlich Amplitude? Warum mache ich das? Weißt du nicht. Ich weiß nicht warum du Dinge tust. Ich auch nicht. Eigenschaften, was fehlt mir denn noch? Jetzt müssen wir wieder zurück, ob wir hier durch sind oder was? Ja. Was gab es denn hier in dieser Welt? Gab es hier auch solche Wände? Nee, nee, ne? Nicht, dass ich wusste. Ob für den Abenteuermodus extra dafür so eine kleine Karte generiert wird, weil das haben wir ja nirgendwo irgendwie gesehen. Da geht es wieder hoch oder wir gehen unten? Ach unten? Wo geht es denn noch lang? Ja, aber hier oben geht es ja eh nicht mehr weiter. Ausnahme von den zwei Räumen. Okay. Hier ist auch zu. Also wieder runter. Was ist denn mit dem Raum hier? Hier ist auch zu. Was schreien die denn so? Hinten. Alter. Gefräßiges Medallion. Hier. Hier ist aber nichts drauf. Nee, ist einfach nur edelig. Perfekt. Die werden da geschlachtet in der Küche. Das Gefühl habe ich auch. Also Spaß haben die auf jeden Fall nicht. Ah, und hier haben wir die anderen Fahrstuhl. Wo wir jetzt auch hin müssen. Nee, wir können vielleicht weiter. Ich würde die Digam abgelaufen haben. Und hier würde man jetzt. Ja, hier würde man hochfahren und ist wieder am Checkpoint. Da geht es dann weiter? Gehst du denn noch weiter? Tschüss Stefan. Tschüss. Ah, okay. Komm wieder zu dir. Möhm, komm einfach nur oben raus. Also müssen wir doch in den Fahrstuhl, ja. Hast recht. Doch in den Fahrstuhl. Hier, ne? Dann ist das... Wenn wir den rufen müssten, könnten wir den schon kennen, ne? Ja, das ist der am Checkpoint. Wo wir nicht reingegangen sind. Ah. Oh, lieber. Oh. Oh. Kommt die denn ja? Bitte? für dieses essen haben wir uns große mühe gegeben sollten wir warten wir haben sogar eine neue delikatesse für diesen anlass vorbereitet das fleisch einer exotischen und kürzlich entdeckten kreatur erzähl mir vom neuen könig für immer mit seiner wohlwollenden hand möge er lange regieren wegen fehlern und fehlern was ist mit dem alten könig widerfahren ich werde mir das mal ansehen hessen und gäste sind alles was benötigt wird das sind wir jetzt hier einfach oder? ja das ist überall na gut okay gefressig muss man durch den leben du musst mehr essen? ja du kannst überall was essen genau ist die und kann doch die 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 das kassi Was ist das, was ist das? oh gott wir können uns nur heilen wenn wir die leute treffen wir müssen müssen uns vorbereiten du ich erinnere mich an dich vielleicht hat die feuer meine erinnerung und du unser geehrter gast hier verdient jeder gast einen abschiedsgruß hast du mehr für mich ich muss vorbereitungen treffen habe ich einen fahrstuhl für dich und das ist doch der von unten oder nicht ich bin wahrscheinlich in den raum rein ja hier ist ein gegner ja ach so ich kann in den anderen fahrstuhl warte und du bist in einer anderen küche ja das ist nicht gut ich hab ne axt gefunden knochenhäcksler knochenhäcksler oh die ist aber schnell oh die gefällt mir aufladen für einen doppelangriff ja ja wir haben noch einen bereich den wir nicht lang gelaufen sind na gut wir müssen mal hoch achso wir müssen hinten den fahrstuhl springt da rüber perfekt an der kiste vorbei gerollt ohne sie zu zerstören sehr gut tschau auf wiedersehen und und jetzt müssen wir genau aus und dann rechts auf die typen dazu ja genau auf 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 und so alle stühle vernichtet das war es schon mal nicht aber wir müssen ja um was gewisse geschützt wird jetzt schon nicht hingeschickt ach so wir sind in den seiten gang stimmt habe ich völlig verdreckend verdreckt also raus hier oder was ja okay dachte man kommt anders aus seiten gängen raus ach wir werden doch alles hier des todes übersehen haben ich weiß ja nicht wie es dir geht aber mir gefällt das hier nicht mir gefällt es überhaupt nicht halt die fresse du spaß das politisch inkorrekt punk spaß denn heute sagt man heute sagt man hurensohn naja Ja ja, gib mal ein Loot. Herr Schmiede, das Eis. Genau da, wo ich wollte. Der wirst du nicht aufwaschen. Kinder Schwarm fliegt. Und triffen die sich seinen Unschuld gegen Ratten vor uns. Ein Dringling ist hier! Ich dachte, die läuft auf. Ach, muss ich holen. Boah, die hat mir mit einem Schlappgangschuss gekillt. Die dich? Ja. Boah, vielleicht. Boah, vielleicht. Ja. Ach nein, nicht die Uhr! Ach, die brauchen wir nicht machen. Ja, die haben wir schon mal gemacht. Jetzt bekommt man wahrscheinlich wieder dieses Item. Ja, 17 nach 11. 17 nach 11 oder so, ne? Ja. Und jetzt können wir die Uhr eben speedern. Ich hab noch einen Eigenschaftspunkt. Ich glaub, ich geh weiter in den Aoe-Bereich. Ich weiß gar nicht warum, aber ich geh weiter in den Aoe-Bereich. Ja, mach das mal. Ja. Willst du da jetzt hoch, oder? Ich hab da eben hoch. Achso, wir haben ja die Dinge. Das stimmt, wir haben ja die Uhrzeit. Alle Taschen. Ne, wir brauchen aber das Drehteil, ne? Brauchen wir das? Ja. Ja. Ich geh erstmal gucken, ob das ist. Vielleicht ist es vielleicht. Ja. Weil das ja ein Abenteuer-Modus ist. Und ich dann nicht ganz genau weiß, wie das funktioniert. Aber wahrscheinlich ist es einfach genau das. Ich kann nichts mehr tragen. Ich geh so lange nach Station 13. So funktioniert das nicht. Aber ein Versuch ist ein sehr. Level 9, Doktore! Ich hab gehört. Was ist das denn hier für eine Party, Alter? Heilender Schild und dann gibt es Erlösung. Leute. Und ich hab's schon... Hä? Wie geht's hier mal? Ich bin linend. Ach da! Leiter! Ja, ich bin linend. Ich wollte gerade sagen, ich hatte die ganze Zeit Berserker drinnen und nicht Koloss. Ich muss mir das mal ausprobieren, das ist mal. Feuerrate. Aber ich brauche das nicht bei meinen Waffen. Nein, nicht wirklich. Hast du eh nicht. Hauptsache ich kann gleich von meinem ganzem Geld meine Nahkampfwaffe wieder verbessern. Ja, das ist definitiv. Die brauche ich ja. Ich bin gleich da. Ich habe es geschafft. Ja. Ja, das ist genau wie vorher auch. Und jetzt fährst du Fahrstuhl. Jetzt fahr ich fast so. Na gut. Den ist ja gut. Mist, letzte Kugel. Ich bin leer. Ich bin leer. Ja. Wenn ich sie am Stück treffe, tue ich mir aber schon ganz schön weh. Na gut. Dann tschüss. Tschüss.